Ja, moin sind zusammen und herzlich willkommen im nächsten Part auf der Ali-Seite mit unserer Hunterin, im nächsten Let's-Play-Part. Woo, yeah, oh schön, mit der Drehung in der Luft, ne, wunderprächtig. So, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben geswitcht auf Treffsicherheits-Hunter, ne, den guten MM, den Marksman. Äh, ich hab im Moment dies gelungen, äh, sollte soweit passen, denke ich, ne, so ein bisschen passive Zeug rein und, äh, guckt auf jeden Fall die alten Folgen. Hahaha, nochmal ein bisschen Werbung dafür. Ähm, ja, wir müssen noch unsere Quest abgeben bei dem guten Budapike. Danke, ja, super cool, ne. Äh, wir müssen den anderen helfen, bevor sie überrannt werden. Alles klärchen. Machen wir ungewöhnlich einen neuen Ring, Alter. Für das Bezahlen, was sie getan haben. Für Andersson, für das Sturmsanktal. Samuel, nein! Nein, du kannst, ich wollte gerade sagen. Geil, äh, läuft einfach rein, ne, in sein Verderben. Oh, 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 ich glaub, wir müssen den auch retten. Gut, gucken wir mal, was wir hier bekommen. Hinter dem Schleier. Wir müssen uns an Bord der abgründigen Melodie begeben und die unzähligen Seelen dort retten, bevor sie auch immer, äh, im Schrein verschwinden. Doch während die Barriere steht, kommen wir nicht auf das Schiff. Die Gezeitenweisen nutzen eine verbotene Magie, um ihrem Willen Gestalt zu geben. Mit diesem Greifen halten sie die Barriere aufrecht. Mit diesem Greifen? Okay, ich, ich werd's nochmal sehen. Äh, nehmt mein Leuchtfeuer und markiert damit jeden einzelnen Greifer. Okay. Dann werden, äh, werde ich von hier aus die Vergeltung auf sie hinabregnen lassen. Jawoll! Alter, er wird sauer, ne? Ja, aber zu Recht. Die Zeitreise geleiten seit jeher verlorene Seelen auf See. Aber nicht so. Aber nicht so. Okay, alles klar. So. Talia, Talia. Äh, keine Gnade. Wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Diese Monstrositäten haben schon die Docks erobert und nur wir leisten ihnen noch Widerstand. Wir, äh, ihr müsst einige von ihnen beseitigen, bevor sie uns überwältigen. Wir haben hier schließlich keine Armee. Alles klar. Ich bin deine Armee. Mach ich. Wir gehen los und bashen alles weg. Ich muss gleich mal sowieso gucken. Muss ich das irgendwie markieren oder irgendwie sowas? Oder kaputt machen? Ne, ne? Ne, ne? Ne, das ist Quatsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, darüber holen sie die, äh, Skelette wieder frei, ne? Okay, 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 okay. Weiß ich Bescheid. Was ist das hier? Haben wir jetzt irgendwas bekommen? Verursachter Schaden 10% erhöht, Lebensraub um 324 erhöht, maximale Gesundheit um 20% verringert. Nein. Wow. Was passiert hier? Ich glaube, das ist so ein Greif. Mal, äh, anders beschrieben, ne? Normalerweise sind Greifen diese... Äh, diese Fliegeviecher, ne? So, ich muss sowieso erstmal klarkommen, wie ich jetzt hier mit meinem, äh, Marksman hier spiele. Äh, äh, Gottes Willen, ne? Erstmal klarkommen, damit ich auch hier professionell spielen kann. Oh, wir hören das Geflüster... Oh, wir hören das Geflüster... Oh, wir hören das Geflüster... Alter. Eine blutige Angelegenheit. Die Fiole ist mit einer 10-blubbernden Substanz gefüllt. Sie ähnelt stark den lebenden Schrecken... Wer redet hier? Was soll das? Äh, sie ähnelt stark den lebenden Schrecken, äh, um euch herum. Sie scheint gegen das Gefäß anzukämpfen, als ob sie ausbrechen wollte. Pike wäre sicher an weiteren Proben, äh, interessiert. Okay. So, jetzt werden wir hier auch noch angegriffen. Das nicht gut. Alter. Äh, Junge. Alter, das Einflüstern der, der, der alten Götter, ne? Man merkt es langsam. Äh, sehr, sehr stark. Und nicht wirklich, äh, viele können sich dagegen wehren. Wir wissen auch nicht wirklich, was, äh, was mit uns ist, ne? Mit den Void-Elfen, die auch, ja, ich sag mal, mit der Leere, ähm, zusammen agieren. Und im Moment scheint es, dass sie klarkommen. Ja, das Auge des Stoßes, äh, ist ein bisschen laut eingestellt, ne? Bisschen laut, aber egal, das kriegen wir schon mal hin. Ähm, ob sie damit wirklich klarkommen, ne? Man sagt halt, ja, ja, ne, wir, wir kommen da schon mit klar, ne? Und dann, äh, äh, ja, wir sollten doch den alten Göttern dienen oder so, ne? Keine Ahnung, man merkt es ja selber nicht, ob man, äh, für die arbeitet und nicht, ne? Und nicht, ja? Ich sag mal, sogar ein Drachenaspekt ist auf die reingefallen und, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Und wir komischen Sterblichen können... Alter, hört ihr das? Richtig krank, ey. Äh, und, äh, wir Sterblichen sollen damit klarkommen und ein Drachenaspekt schafft es nicht. Alter, es ist schon ein bisschen creepy, ne? Bisschen heftig, was da so, äh, auf uns zukommen wird. Auch die Bosse selbst von uns, ne? Also hier, Sylvanas, wissen wir nicht, ähm, ob sie, ähm, ja, ich sag mal, von den alten Göttern ein Flüstern bekommen hat und so weiter und so fort, ne? Wir haben sie ja schon mit der, äh, in einem Bild mit der Waffe von den, ähm, Priestern gesehen, Xalatas oder so wie die heißt, ne? Also ich bin echt gespannt, was die Story noch so hergibt. Es gibt, es kann so viel in der Story passieren und es wird einfach, ich denke mal, grandios. Ich glaube nicht, dass Blizzard diesen, ja, die Story, die sie jetzt so heftig aufgebauscht haben, ähm, einfach flach niederballern lassen und sagen, ja, äh, war nichts, ne? So, tschüss, äh, wir machen jetzt mit dem nächsten Head-On weiter, glaube ich nicht. Siehste, das meine ich, ne? Ja, guck mal hier, die sind auch schon, die verwandeln sich auch in diese Tentakelviecher wieder, ne? Richtig, richtig krank, Alter. Uff, sei dazu nur. So, das haben wir. Jetzt müssen wir nur noch hier auf die andere Seite, da gehe ich jetzt erstmal hin. Gucken wir halt, da, den müssen wir noch töten, den bringen wir noch schnell um. Das ist ein Skelett, ne? Da müssen wir was sammeln, ne? Das zeigt mir das Head-On an. Das Head-On nennt sich, ähm, F-U-I. Ja, Leute. Es macht Spaß mit dem MM, Alter. WTF, ey. Wie schnell wir die umholzen. Mann, 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 Mann. Eure Umarmung wird dieses Schiff nicht länger beschützen. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich hab wieder weggedrückt, ne? Es ist einfach so drin bei mir, dass ich halt jede Quest so schnell wegdrücke. Da muss ich mich wieder ein bisschen zurückhalten, ne? Ein bisschen zurückhalten. Aber, äh, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, ne? Ich hab auch unter dem letzten Video gesehen, oder vorletzten Video, äh, dass ihr auf jeden Fall möchtet, dass ich, äh, diese 30 Minuten beibehalte. Ich versuche es. Es kommt halt immer drauf an, wie es dann passt mit dem Beenden oder sowas. Ich muss jetzt nicht unbedingt noch, äh, fünf, ich sag mal, drei Minuten vorher noch eine Quest annehmen. Einen Mob töten und dann, äh, äh, das Ding beenden. Dann hören wir halt drei Minuten vorher auf oder so. Da nagel ich mich nicht fest. Aber so roundabout, so eine halbe Stunde pro Part. Hoffe ich, dass ich das hinbekomme, ja? Weil ich hab jetzt auch keinen Urlaub, sodass ich, ähm, diese, wie, wie die Paladin-Parts einfach so schön, äh, rausballern kann. Äh, ich versuche es, ja? Also, es tut mir leid, aber ich denk mal, so zwischen 20 und 30 Minuten sollten wir definitiv hinbekommen. Ähm, ich werde mein Bestes geben, okay? Sagen wir es mal so. Ja, Gewohnheit, ne? Und Zeit. Das ist das Schlimme. Zeitfaktor ist heftig. Wir geben erst mal Telia ab. Ähm. Grüße. Halte den Kurs. Wir halten auf jeden Fall den Kurs. Juli. Ich. Bruder Pike. Hinter dem Schleierweg. Oh ja, wir kriegen unseren Ring, ne? Richtig, richtig geil. Den würde ich gerne anlegen. Äh, was haben wir denn hier? Da. Den können wir umwechseln. Sehr schön. Danke dir. Äh, oh, da müssen wir auch wieder bald verkaufen, ne? Und das hier abgeben. Das gezeigten Blut wurde erst kürzlich verunreinigt. Sicher kann ich es noch läutern. Das ist gut. Ah, es ist instabiler, als ich dachte. Okay, deswegen ist er auch umgekippt, ne? Ja, man sollte immer gucken, was man tut, ne? Immer Obacht, ne? Die K-Tier, okay, äh, die K-Tier oder so, keine Ahnung, befanden sich mitten unter uns. Sie brachten unbeachtet die Saat ihrer düsteren Meister aus und wir haben nichts davon gemerkt. Nun, da die Barriere um die, äh, abgründige Melodie gefallen ist, kann ich hineinblicken. In ihrem Inneren ergibt mein Volk sich dem Schatten hin. Nehmt meinen Gezeitenkris, äh, seine Klinge ist mit geläuterten Gezeitenblut bedeckt. Setz diesen unholden und ihren widerwärtigen Ritualen ein Ende. Kriegen wir hin? Denke ich schon, ne? Wir kriegen ja eigentlich alles hin. Ja! Diese Verderbtheit verstößt gegen jeden Schwur, den wir als Gezeitenweisen abgelegt haben, unser Volk zu behüten, zu leiten und zu erhalten, unsere Schiffe zu stärken. Das ist pure Dunkelheit und sie muss vollständig ausgelöscht werden. Begebt euch an Bord der abgründigen Melodie und platziert diese, äh, diese Fokusrouten, äh, an allen kritischen Stellen, ich werde das Ritual vorbereiten. Alles klar? Und Telia hat auch noch was für uns. Ähm, Samuel ist noch immer irgendwo dort draußen. Wir können ihn nicht einfach im Stich lassen. Wenn ihr nicht bei den Nebelfluten, Flutwerken war, was? Wenn er nicht bei den Nebelflutwerken war, muss er sich auf dem Schiff befinden. Ihr müsst ihn finden. Alles klar. Das kriege ich auch hin. Die tausend Wahrheiten. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir hier oben wo lang? Ja, ne? Wunderprächtig. Wir kommen so aufs Schiff, das gefällt mir. Sehr gut. Oh, wir haben FPS-Einsbrüche gerade, merke ich gerade. Okay, ist irgendwie was passiert? Komisch. Eigentlich nicht. Eigentlich dürfte nichts sein. Ich habe nur 35 FPS. Ich weiß nicht, was gerade hier passiert. Vielleicht zu viele Leute hier oder so. Keine Ahnung. Kann ich das jetzt hier... Gezeiten, Chris? Okay. Was passiert dann? Wow. Alles klar. Holy shit, man. Wieso greift mein Bär nicht an, wenn ich angegriffen werde? Ist doch auf helfen, ne? Eigentlich schon. So, ich glaube, hier müssen wir... Das hier müssen wir hinstellen. Okay. Machen wir das nochmal. So, hier kommt nochmal... Achso, wir müssen davon sechs Rituale unterbrechen. Oh. Okay. Äh, alles klar. Holy shit. So, den machen wir noch mit. Und dann gehen wir rund unter das Deck. Und dann müssen wir noch... Wow. Alter, was für eine Stimme, Mann. Und das ist nur vom Kultisten, Alter. Jetzt stellt euch mal vor, Alter. Gott würde mit uns wüstern. Wie wir abspacken würden einfach, Alter. Junge, was für eine Voiceline, Alter. Richtig nice. Heftig diepe... Diepe verzerrte Stimme, ey. So. So, okay. Da können wir hin. Ich glaube, wir müssen hier... Ne, wir müssen hoch. Echt? Wir müssen echt hoch. Hier oben. Ah, der läuft gerade weg. Lol. Äh, was soll denn der Scheiß? Wieso? Was tust du? Gucken wir mal. Ich hoffe, das kriegen wir gleich noch... Oh, automatisch beide weggeballert. Sehr schön. Oh, nein. So. Uh, da müssen wir noch das Teil aufstellen. Ja, Baby. Aha. I like it. So. Ich bin echt gespannt, ne. Ich bin so hyped auch auf einen neuen Raid und so weiter. Da haben wir ja noch nichts mit den alten Göttern. Gar nichts, ne. Wir haben jetzt Gehuhn besiegt und so weiter und so fort. Aber alte Götter mäßig ist uns noch nichts zu den Ohren gekommen. Beziehungsweise die bekannten alten Götter, sage ich jetzt mal. Gehuhn ist ja eher neu. Und den hatten wir nicht auf dem Schirm und so weiter. Aber, ähm, dadurch, dass er neu ist, hat er sich auch noch nicht so heftig ausgebreitet, würde ich mal sagen. Wie Hansos oder was weiß ich, ne. Ähm, die ja schon seit Millionen von Jahren, Jahrtausenden hier rumgeistern auf dem Planeten. Und, äh, ich glaube mal mehr Macht haben als Gehuhn, ne. Das ist auch der erste Endboss gewesen und so. Also, irgendwie muss der hier sein. Hier? Also es wird mir jetzt nicht angezeigt, dass er auf irgendeiner anderen Ebene ist. Oder muss ich doch einen noch hoch? Ich, 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 nichts wissen, Leute. Okay, wir gehen jetzt mal einen hoch, weiter. Kommen wir hier hoch? Ja. So. Da oben muss ich eh noch was hinstellen. Dann stellen wir das mal erstmal auf. Und dann gucken wir nochmal, ob wir den guten, äh, Samuel finden werden. Dann, irgendwie müssen wir das doch, oder? Hier geht's noch rein. Ich denk mal. Uh, oh. Hallo? Alter, Bruder Haller. Nein, wir haben ja frei. Jo. Holy shit. Wow. Samuel Willem. No. Wurde umgewandelt? Holy shit, Alter. Äh, ich, ich setz mal ein bisschen was drauf, ne. Bisschen Damage machen hier, Alter. Ich hab einfach keinen Fokus gerade. Ich war einfach, äh, ja, sehr überrascht gerade. Muss ich ja ehrlich zugestehen, ne. Ich dachte, wir können den befreien locker, Fockish, aber... Nö. Shit, was sagt er denn? Wir können es nicht mal verstehen. Oh. Da ist er wieder. Einfach so? Haben wir die Leere von dir gekloppt? Seid vorsichtig. Okay. Das ist krass. Die haben ihn umgewandelt in so einen Priestergedöns-Scheiß. Üff. Das ist heftig. Stell dir mal vor, das können sie, ähm... Das wäre eine AOE-Fähigkeit und können städteweise, äh, die Leute manipulieren. Das wäre übel, Alter. Das wäre richtig krank, oder? Oh nein, ey. Mann, er hat einfach meinen Cast unterbrochen, indem er sich hinter mich teleportiert hat. Und Babu Burr kriegt hart aufs Maul. Geil. Schildkröte hat er gezogen, Alter. Hahaha. Sehr nice. So, wir müssen noch einen killen. Ich glaube, dann haben wir es, ne? Haben wir hier noch einen frei rumstehen? Ja, da... Ja, gut, okay. Zwei. Easy. Die machen wir. Weil Single-Tag sind wir sowieso bestes Leben, ne? Mit dem... Mit dem MM. Können wir die jetzt mal schnell wegfokussen. Ich vergesse auch immer, mein Mahl zu setzen, ne? Mahl des Jägers. Aber okay. Ich glaube, im Levelbereich ist es jetzt nicht so dramatisch. Wir kloppen die auch noch gut weg, ne? Ich könnte auch Babu Burr wegpacken. Dann machen wir noch mal ein bisschen mehr Damage. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Jo. So, Leute, Alter. Richtig, richtig übel. Was hier wirklich passiert, ne? Das ist ja... Ist ja nicht einfach mal irgendwas. Sondern es ist so heftig eigentlich in der Lore von WoW, dass die alten Götter wieder auftauchen. Das ist... Weiß ich nicht. Ihr habt meinen Kopf wahrlich aus der Schlinge gezogen. Ich verdanke euch mein Leben. Kein Ding, Digga. Macht das nur nicht normal, alleine vorzuziehen, ey. Gut, jeder Tod bringt dieses Tal einen Schritt näher an die Erlösung. Ja, bringen wir es zu Ende, würde ich mal auch sagen. Oh, wir kriegen Blitzkette. Geil. Neues Schmuckstück, ne? Übertrieben gut. Die Rache des Sturms. Ich weiß zwar nicht, was für Schrecken uns erwarten, doch die abgründige Melodie darf niemals ihre Schwester in den Schreien des Sturms folgen. Wir werden diesen Monstern die Früchte ihrer Arbeit verwehren, indem wir sie mit der Magie verbrennen, die sie verderben wollten. Das Ritual ist bereit, doch wir müssen seine Energie durch etwas kanalisieren. Eure Asrit-verstärkte Rüstung sollte diesen Zweck erfüllen, wenn ihr dazu bereit seid. Und bin ich? Wart euch in den Sturm, damit wir dem ein Ende setzen können. Äh, muss ich jetzt einfach dich anklicken? Achso, hier, guck mal. Da muss ich rein. Okay. Donnerner Schlag. Gewaltige Stürme der See. Hört meinen Ruf. Zerschmettert dieses unglückselige Schiff. Und befreit unser Volk. Boom. Boom. Ja, so muss das sein, Alter. Heavy. Das ist doch krass. So, wir kriegen unser Schmuckstück. Und haben schon wieder ein Teil davon. Boah, Alter, erst drei Teile. Wir müssen noch so viel machen. Junge, Junge, Junge. Ein gespaltenes Haus. Nicht alle... Äh, gleich wieder Pubertät gekriegt, ne? Nicht alle vom Haus Sturm sangen, sind dem dunklen Pfad meines Fürsten gefolgt. Sie wissen nichts von seiner Verdorbenheit, so wie ich nichts davon wusste. Dort drüben, den Hang hinauf, liegt Weisenwall. Es ist der Ort, an dem alle Gezeitenweisen lernen, mit der Macht des Meeres umzugehen. Wir werden auf die Sturmwacht aufbauen und meine zerschmetterten Heimat wieder eins werden lassen. Wir werden alle retten, die gerettet werden möchten. Der Rest wird untergehen. Oh, 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 oh. Ja, ne? Entweder oder. So, boom, boom, boom. Wir sollten angreifen, bevor Lord Sturmsaung davon Wind bekommt. Ich bin direkt hinter euch. Wartet nicht auf mich. Okay. So, wo müssen wir hin? Ich reite euch mal nach, ne? Ich hoffe nicht, dass ihr euch wieder wegspawnen lasst oder so weiter. Er hat auch noch... Ja. Er hat auch diese lila Void über sich. Richtig krank, Alter. Sehr, sehr scheiße. Ich bin so kalt. Werden die Stimmen bald aufhören? Ja, Samuel. Bleib stark. Uff. Alter. Ist das heftig, ne? Sogar unsere Gefährten werden damit infiziert und angegriffen. Geil, Mann. Ja, Story. Ohne Witz, Mann. Ich liebe es, im Moment in WoW zu questen. Und sich darauf einzulassen, ist einfach nur mega gut, ey. Es macht einfach so viel Spaß. Äh, der Sturm erwacht. Ich muss erst einmal auf Samuel aufpassen. Ich habe Angst, dass die Finsternis seinen Geist überwältigt. Die gefallenen Männer und Frauen um uns herum waren Abtrünnige des Hauses. In Weisenweil wird es noch mehr von ihnen geben. Findet sie und sagt ihnen, dass der Sturm erwacht. Es hat sich herumgesprochen, wofür wir kämpfen und wir müssen so viele wie möglich auf unsere Seite ziehen. Ruf zwölf Abtrünnige zusammen. Das bekomme ich hin. Samuel, was hast du noch für uns? Böse Absichten. Segel im Nebel. Ein Licht tief unten in der Finsternis. Aufsteigendes Wasser. Nimmt Gestalt an. Der Schmerz. Ah, der Schmerz. Lasst es aufhören. Lasst es aufhören. Lasst den Schmerz aufhören. Tötet den gebundenen Gewittersturm. Äh, und den bezauberten Gezeitenzorn. Telia, Champion, ihr müsst diese Bürde tragen. Ich werde mich um Samuel kümmern und euch beim Schrein treffen, sobald wir können. Okay. Gut, wir wissen Bescheid, was jetzt Sache ist. Und genau so meine ich das jetzt zum Beispiel. Wir haben neue Quests bekommen und das fangen wir jetzt nicht an. Das schaffe ich, glaube ich, gar nicht so viel, wie wir jetzt machen müssen. Und, äh, gucken einfach im nächsten Part, wie es weitergeht. Äh, ich danke wieder fürs Zuschauen. Und ich bin so gespannt, Alter, was hier noch passiert in der Story. Und so weiter und so fort. Das ist, weiß ich nicht. Ich, geil. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.